ich muss ehrlich gesagt sagen ich weiß jetzt schon nicht mehr woher ist gar nicht wo wer gekommen sind ich glaube von da so gehen wir jetzt einfach mal hierher oder okay wir gehen erst mal noch da das ist ein teil hier waren wir auf jeden fall noch nicht auch cool ich glaube das ding fährt uns jetzt gleich dahin ich wollte zumachen okay es bleibt nicht zu auf geht's oh oder auch nicht okay Looks like the wreck is close. Maybe you can find a vessel like this one inside. Sounds like a plan. I'll just save the security information and update the Omnitool. There. Should help you get around. Great. ich glaube dann müssen wir jetzt daher hoffe ich was fliegt da wieder was fliegt da wieder oder das schwimmt da eher was hat grünes licht grün ist doch eigentlich immer freundlich oder hoffe ich den aus dem radio ich glaube wir folgen noch mal der spur hier ich schätze nämlich hier wäre dieses curry fahrzeug auch her gefahren da kommt ich noch mal die beiden in die hand oh gott oh nein 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 lauf bitte lauf hallo oh man wie soll ich denn jetzt da vorbeikommen ich glaube das mache ich nicht noch mal morgens die horrorspiele spielen das ist echt horror ist er weg ich glaube er ist weg was ist das da oh man wie soll ich denn das machen omni tool bitte oh 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 Wetrl oh 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 eh oh oh Maybe Ich hoffe wir gehen hier überhaupt richtig. Ok, das ist auf jeden Fall nicht der Gang wo wir durchgekommen sind. Was war das? Was zur Hölle? Ey bitte! Wo? Boah mir geht die Pumpe genauso wie ihm. Ohne Spaß, ohne Spaß. Das mache ich nur. Warum spiele ich das um diese Uhrzeit? Ohne Spaß, ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Ich kriege alles rotes Leuchten. Oh guck mal, komm schon, wo soll das sind? Wo soll das hier hinführen? Was ist das wieder? Wo? 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 Nochmal Hi. Jetzt muss ich da rein, ich sehe da auch schon wieder sowas rotes leuchten. was ist das hier hier kommen wir rein vielleicht ist so bedrohlich rot ich weiß nicht was wir hier in diesem turm sollen aber ich gucke einfach mal nach ach nein das flackert schon wieder so das bild nach der folge pausiere ich auf jeden fall erstmal das ist echt heftig morgens die geräusche ich hoffe dass sie richtig sind ich weiß nicht den ganzen weg wieder zurück der schritt nicht hart rettungsfahrzeug suchen okay wir sind auf jeden fall richtig ich nein 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 ob wir nicht auch woanders herkommen kann aber auf jeden fall wieder so ein scheiß wie er kommt Er kommt. Wir sollen ihn nicht angucken, hat die Alte gesagt, ne? Ach ey man. Warum denn diese Uhrzeit? Ist er weg? Ne, ich höre da auf jeden Fall was laufen. Ach komm. Er ist auf jeden Fall da drin. Ich versuche jetzt einfach mal ihm den Rücken zuzuwenden. Irgendwelche Leben zu einem. Ich gehe nicht in den Raum wo er drin ist. Auf keinen Fall. Das könnte ich vergessen. Ohne Spaß. Mal es aufmachen. Ey nein, nicht noch einer. Ach, wir haben auch eine Taschenlampe. Ich Idiot. Irgendwie ist er genau neben uns. Mach mal lieber die Lampe aus. Ich höre ihn. Boah. Ich glaube jeder hört ihn. Soll ich mich mal umdrehen? Oh Gott ey, bitte. Oh Gott ey, bitte. Ey, der ist ja genau neben uns. Ach, was haben wir denn hier so für eine Suppe? Oh Gott. Oh Gott. Ey, boah, mach keinen Scheiß ey. Komm. Ey. Ich geh mal nach da hinten jetzt einfach. Ach. Irgendwie beruhigt sich's gerade. Ich glaube er ist weg. Komm, geh auf. Was ist da rum? Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, komm mal. Ey nein. Bitte geh doch mal weg jetzt. Ich höre ihn. Ich höre ihn laut. Nein. Er ist genau hier hinter. Hiaaa. Boah. Taek wo schon nicht. Oh, wie sie sich anhört. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja, ey. Wie soll ich das denn schaffen, ganz ehrlich? Ich will wenigstens noch irgendwie rauskommen, bevor die Folge jetzt endet. Aber das kommt ja beim nächsten Mal gar nicht klar. Ich weiß nicht was, ich gehe jetzt einfach so dran vorbei. Ich glaube nicht. Ich wusste es, dass ich in der Sackkasse laufe. Ich wusste es. Wir müssen mit Sicherheit da rein, wo er war. Ist okay, wo ist okay. Oh, er ist genau hinter uns. Er ist genau hinter uns. Ich habe schon wieder das Licht gesehen. Ich habe auch keine Ahnung, wo wir hin müssen. F1.2 Wollte ich mir vielleicht mal merken, oder? Ich glaube, wir gehen richtig sogar. Ja. Shuttle. Lauf. Kletter, kletter, kletter. Ich glaube, es ist genau unter uns. Das war's von der Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war's von der Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen.